Kommissar Christi Angelacke? Ich werde beobachtet. Da steht ein Auto rechts von mir. Sieh nicht hin. Du musst mir helfen, Scholt aus dem Gefängnis zu holen. Bist du wahnsinnig? Auf einer der kanarischen Inseln gibt es eine Pfeifsprache. Du kommst auf diese Insel und lernst dort diese Sprache. Alles, was man spricht, kann man pfeifen. Nämlich Mama. Wenn die Polizei die Sprache hört, werden sie denken, die Vögel singen. Der Plan ist einfach. Das heißt, dass wir ihn entfühlen müssen. Tut mir leid, dass ich mich so aufgeregt habe. Du spielst nicht schlecht. Wo sind die 30 Millionen? Morgen früh um 9 Uhr. Ich habe sie jetzt im Visier. Legt los. Woher wusstest du das? Untertitelung des ZDF für die 30 puta und wiederholpen müssen sie sich in Norway´in.